Ach ja, Hauskinder, bevor ich das vergessen habe. Ich habe geredet, in eine Badewanne setzen, eiskaltes Wasser, dazu Eiswürfel reinschmeißen, ich in eine Badehose, da bringst du mir kalten Getränk mit Eiswürfeln drin, bedienst mir richtig, ich kühle ab. Peter, dazu ich mir nicht an, wenn du in eine Badewanne sitzt. Und ich gehe dann rein und bringe da was da rein, den Schock tu ich mir nicht an. Ich habe gesagt, Badehose, du dummer Sack. Oh, jeder Körper ist schön.